Also 5 Aluminium, 2 Eichen und so. Jetzt kommen wir wieder hier hoch und das bestaunen. Warte, wie viel ist denn das jetzt? Okay, das müsste eigentlich reichen. Eigentlich. Das Aluminium ist geschmolzen. Ich kann nicht so lange mal... Ach nee, Gold habe ich ja. Jetzt sollte ich einfach einen zweiten Ofen bauen. Hm. Oder so einen zweiten Schmelzding. Also braucht schon ziemlich viele Rohstoffe. Warum ist das nicht Silber? Vorhin war es Silber. So, ich hoffe, das wird nicht hart. Hi, 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 hi. Er hat hart gesagt. Hm, ja. Was ist ein MB? Mini? Keine Ahnung was. Sitzen's 3. Okay. Ah, doch, geht. Okay. Ist jetzt leer. Ist immer noch nicht leer. Hier ist ein Netz drin. Viel? What? Warum? Aus welchem Grund sind da jetzt... Äh... Aus welchem Grund sind da jetzt 4? Da waren doch gerade eben noch 3. Nein. Da habe ich mich aber derbe verschluckt. Wieso kann da eigentlich hier nichts... Äh... Ist das jetzt leer? Das ist nicht leer. Ist das jetzt leer? Ach, immer noch nicht. LOL. Komm, bitte. Ah. Ich will nicht wissen. Ich will das nicht wissen, nein. Ist jetzt leer. Wuuu, es ist leer. Mein Gott. Das nehme ich natürlich mit. Und das muss ich abbauen. Warte. Warte. Was da auch. Puh. Denn ich muss natürlich als erstes ein bisschen Gold schmelzen. damit wir hier unsere schönen Formen machen können und in der zeige ich jetzt mal schlafen also ich hoffe ihr findet es jetzt nicht so schlimm, dass ich hier das Haus umgebaut habe, weil spannend war es eh nicht war halt viel Arbeit und hätte ich das wirklich alles aufgenommen, das wären glaube ich 20 Folgen gewesen ganz ehrlich, das ist doch scheiße hallo? so wer tat? wer tat? wer tat? ja es ist ein Bug was ist nix mehr drin? ok ok, wo haben wir ganz viele ähhhh ähhhh boah, 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 wo haben wir denn hier aus? scheiß Bug komm, schmelze lol so wenig bleibt da übrig eins, zwei, drei hart, hart, hart wuhuuu ah ne, so äh Quatsch, fang mal hier eigentlich so, 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 so ich glaube, das kenne ich noch von Feed the Beast das ist doch genauso so, 6 noch drin jetzt ist leer alles klar ok ähm ähm äh 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 warum geht es nicht blank case äh ist das was anderes? ich kann doch mit dem auch irgendwas machen hä, was konnte ich jetzt mit wat was hab ich jetzt da gemacht wuuu weiss was kann ich jetzt mit dem machen hier wo ist denn das, das ist das smelting oh mein Gott, hier oh nein, das ist sch... was der shit schau, das ist ein Pattern, und das ist ein... das bräuchte ich wahrscheinlich... ey, der erklärt ist doch in dem Video, oder? der hat da Gold, jetzt mach ich grad das Video an hm so dann hat der so, dann hat er sich so ein Blank-Dings geholt, ja und dann ist er zum... zu den Sten... das ist doch die... Stencil Table warum geht das nicht? jetzt mal ohne Spaß warum geht das nicht? wenn ich jetzt da unten so einen Patter hole ich wette mit euch, dass ich... dass ich da ein anderes... ein anderes... ein anderes Table dafür brauche so, was gibt's denn noch? Stencil Table Uncraft Table Stencil... Table äh... Crafting Table in pink äh... wie geht denn das da? äh... äh... Crafting Table in pink äh... äh... ja... wie geht denn das da? warte, äh... äh... okay, jetzt geh ich auch Casting Table äh... äh... das will ich doch gar nicht äh... 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 wer hat ich denn das Video, bitte? oh, naja, ok kann natürlich sein, dass da einige... äh... Updates kamen ok, das geht was... was ist denn, wenn ich jetzt... äh... 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 äh...